Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Battlefield-Aufnahme, aber diesmal ein bisschen anders. Wir haben Dank V-Nation einen eigenen Server, auf dem wir uns jetzt ein paar Stunden auftoben dürfen und den werden wir auch nutzen. Aufnehmen tue ich, der Protos, natürlich wie immer. Und wir kriegen auch noch Videomaterial von Drag gesponsert, finde ich super. Wir beginnen mit dem großen Bazaar heute. Das Spiel ist recht unausgeglichen. Wir haben quasi einen Pro auf der Gegenseite und sind selber zu viert. Und ihr dürft uns jetzt dabei zuschauen, wie wir abkacken. Vorteil an dem ganzen Ding und warum wir es überhaupt aufnehmen, ist, wir lernen. Und der liebe, nette Ben, hollo Ben. Der wird uns quasi, wenn wir Fehler machen, einfach mal mit reinreden und ein bisschen was erklären. So müssen wir nicht dauerhaft als Noobs rumrennen. Und hier gibt es auch keine Punkte. Wir eiern quasi nur ein bisschen rum zum Üben. Genau. Dafür haben wir den Vorteil, dass wir freie Waffenwahl haben mit allem drum und dran. Und wir können uns wirklich austoben. Und das große Motto ist eigentlich, alle gegen Ben oder Ben muss sterben. Von daher ist Ben unser Pro. Und ja, wir hoffen, dass wir nicht allzu oft sterben. Ich würde eher sagen, wir hoffen, dass wir nicht allzu viele Spiele verlieren. So, dann so. Mein Lieblingsopfer wird heute sein, der liebe Brothäus, wie immer, mit dem Messer. Und der liebe Turek kriegt von mir als Opfer Nummer 1 permanent so oft ins Gesicht geschossen, dass niemand ihn mehr erkennt. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich denke mal, ihr nehmt jetzt erstmal C ein, ich nehme A ein und dann sehen wir uns gleich bei B. So. Ja, wunderbar. Äh, der große Basar, Teil 50, äh. Müsste jetzt funktionieren. Eroberung gegen Ben. Okay. Alle haben für Ben. Okay. Ihr nehmt C ein, ich nehme A ein und treffen uns dann bei B. Los geht's. Ja, das sagt er jetzt und der wartet jetzt auf C, um uns alle zu messern. Genau. Der steht schon die ganze Zeit bei C rum und wartet da. Psst, psst. Erzählt nicht so einen Scheiß. Die glauben das doch alle. Ja, ja, das sehen die ja. Ach nee, du nimmst ja nicht auf, Ben. Nee, taktisch klug. Das ist allerdings taktisch klug, auf jeden Fall. Das wäre ein bisschen peinlich für eure Zuschauer, wenn euer großer Star permanent in mein Messer läuft. Okay. Einer, go. Ich bin tatsache nicht direkt gestorben, es ist ein Wunder. Und alles nicht ruhig. Ja. Ja. Äh, Sunny. Hey, sauber. Ähm, wenn ich sag Sunny, heißt das nicht weglaufen, sondern zurücklaufen. Oh, 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 oh. Sag das doch. Hab ich doch gesagt, Sunny. Ähm, zu spät. Mune steht. Achtung, das Einsatzziel wurde neutralisiert. Ah, Mist, ey. Ich wieder mit meinen... Das Einsatzziel wurde neutralisiert. Over. Ose, verladen! Du wieder mit viel zu schnell und so? Ja, ich wieder mit meinen... Oh, fuck. ...mit meinen... Na, das war so klar. Ich habe ein Problem hier. Mich hat er mit der Granate geholt? Ja, mich hat er auch geholt. Und die anderen zwei stehen hinten drin und verstecken sich. Ihr sollst... Hm. Boah. M320, das ist übel, Alter. Das ist übel. Sunny, danke. Ach, du wurdest... Du wurdest... Ja, ja, er wurde. Er wurde. Ja, ich zweimal, der Düsselwurst. Kämme ja. Okay. Verteilen, Jungs. Nicht auf einer Stelle. Genau deshalb. Er ist hier hinten drin. Der ist noch gespawnt, bevor wir die Flagge gekriegt haben. Kann das sein? Digo. B... B haben wir. Ja, aber bevor wir es hatten... Vergiss nicht. Ähm... Ist er wahrscheinlich... Du weißt ja, dass, was er unterwegs ist, wenn er als... Das heißt, er hat eine Spawnbarke. Genau. Nein. Ich bin Munition, wenn er es noch nicht bemerkt hat. Ich... Ich wollte sagen, also er ist mit Sicherheit gespawnt, bevor wir die Flagge übernommen hatten. Und hat gewartet. Au. Mich hat er erwischt. Von wo? Von dem Raum neben der Flagge. Okay. Alle sind ruhig. Ja. Brächt euch ab. Ah. Zielen sollte man auch vorher, bevor man abdrückt. Belegen dich. Macht definitiv mehr her. Ihr greift sogar schon von hinten an. So ganz auf die linke Tour, Männer. Tja, was soll man machen? Manchmal geht's halt nicht anders. Ah. Mist. Wo hast du denn die Granate hingeworfen? Wollst du dich selbst abschmeißen? Saubere Leistung. Auf jeden Fall weit weg. Over. Wurzuch, gib Mut, geist die Granate. Sehr schön. Nice. Erwischt. Mit einem... Sehr schwer. Weiterballern, die Tod ist tot. So. Sehr schön. Haben wir alle drei? Ja, klar. Dann verstehe ich gerade nicht, wo ihr hin rennt. Also, wenn dir so ausschaut, Männer. Du wolltest es schwer. Ja, ich bitte darum. Ich bitte darum. Deswegen muss ich ganz kurz mal eine Waffe wechseln. Ich hoffe, du hast es schwer genug. Nicht, dass es dir noch zu einfach ist. Also, bei 8 zu 3 mit 1600 Punkten. Mal einen Schluck Milch trinken. Ihr wisst schon, dass er von A kommt, ne? Nur so aus. Ja, darüber bin ich mir durchaus im Klaren. Naja, oder von den Seiten. Er kommt durch die Seitengasse. Wabbelnetz und Scheiß. Ja, wenn ich dich sehe, wie du rein rennst. Und wieder raus wahrscheinlich. Dann hast du Bats, Bats, Bats gehört. Und er ist down. Oh, wie schade. Jetzt habe ich aber... Heute kriege ich von euch auf den Sack, du. Tja. Absprechen ist alles, würde ich sagen. Das würde ich sagen. Okay. Und wir können ja noch mal zu viel Taktik besprechen. Weil Feind hört mit. Genau, Wicke. Wo sieht das aus? Hallo, ich bin der Feind. Die Position, die ich gerade hatte, war nicht gut. Der Feind hat auf jeden Fall Spaß. Auf jeden. Macht doch unheimlich Laune. Denkt dran, wenigstens kurz Meldung zu geben, auch wenn er euch erschießt. Von wo? Was du von mir schon hören? Ben tot, Ben tot. Ben tot. Ja, bis jetzt sieht es für uns auf jeden Fall ganz gut aus. Ja, alle drei eingenommen. Das Problem liegt dann eher an der Verteidigung. Ja. Obwohl du uns ja was ganz Tolles beigebracht hast, wer die Mitte hat. Gewinnt immer. Von wo? Ey, das gibt es denn. Ich habe voll auf dich drauf gehalten. Ja. Dauerfeuer gleich Abenteuer. Kennst du den Satz? Ja, aber ich habe dich voll im Visier gehabt und der muss irgendwie an der Wand abprallt sein. Ja. Ähm. Ja. Leidernd ein Bug ausgeartet hat den Hintergrund, wenn du da stehst zu nah an der Wand, prallen die Kugeln meistens an die Wand. Na super. Der steht bei A. Und du hast gerade einen zaubereren Headshot geklickt. Ja, das habe ich gemerkt. Jungs, nicht so früh schießen. Da sehe ich euch doch sofort. Das bringt doch nichts. Wollen wir mich doch ein bisschen ärgern, oder? Definitiv was. Daher immer so ein bisschen langsam gediegen. Schieß ja auch nicht sofort. Langsam? Gediegen? Ja. Wer sofort schießt, verliert meistens seinen Kopf. Hm. Merk? Oder wenn ich schieß. Genau. Das ist mir passiert. Das ist zumindest definitiv bei A. Ja, warte. Das ist ein Raster. Habt ihr ihn noch im Visio? Boah. Ich werde das jetzt mal auf jeden Fall Sunny geben. Von hinten? Nein, von der Seite. Okay. Jetzt mache ich scharf. Sunny. Jetzt geht's mal auf den Sack. Komm, ich komm, ich komm. Wo ist Sunny? Okay. Alles schon. Und wenn jemand Munition braucht, sagen. Attention. Menschen. Ja, bei mir genau das gleiche. Munde kann ich auch stellen. Und ein bisschen verteidigen. Ach, der spielte gerade aus, Malper. Ah, Mist. Mich hat er auch. Wo? Keine Ahnung. Der sitzt auf dem Spot. Ja, von A aus. Also, wenn man bei A ist, hat er aus Richtung B hinten rumgeschossen. Wahrscheinlich Brücke oben oder so. Aha. Jetzt wartet er. Das ist natürlich eine gefährliche Sache. Auch wenn er damit nicht viel einnehmen kann. Weil wenn wir B und C halten, hat er ein Problem. Ja, wir wollen ihn aber schon irgendwie holen, ne? Ja. Aber er ist ein Zugzwang. Ah, das mag angehen. Okay, sehr schön. Aber A haben wir nicht eingenommen. Sehe ich das richtig? Das siehst du richtig. A gehört nicht uns. Also ist er bei A bestimmt gespawnt. Und vergesst nicht, wenn du ihn auf ihn draufschießt, nie. Yes, ah. Ja, ich habe ihn hinter dir. Ah, Micha. Bei zwei Mann wird es meistens immer ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Ähm, definitiv. Kannst du mir gleich ein Päckchen hinwerfen, bitte? Danke. Da ich euch aber abgrundtief heute hasse, egal wie ich euch mag. Da kann ich durchaus mit leben, dass du was hast. Das ist ja auch heute deine Aufgabe. Das heißt nur, dass wir gut sind. Oh, oh, oh. Oh, von der Seite mit einer AEK. Wie ich diese Waffe hasse. Die absolute Noob-Waffe. Ähm, kommt mal einer her. Leute, spielt bitte keine AEK, wenn er gegen mich spielt. Hasse sie. Hast du nicht gesagt, wir sollen sie nehmen? Okay, okay, okay. Aus dem Grund. Aus dem Grund spüren wir die auch. Ah, Headshot. Von wo? Ich hab's nicht gesehen. Äh, vom Haus. Aber holt uns jetzt alle. Er hat mich auch. Hotel. Okay. Ah, Mist, mich hat er auch. Ja, aber das war ein Squad. Mit der Ranks. Oh ja, das war ein Squad. Ja, das ist ja auch eine. Oh, schön. War ein Tick zu tief. Die Leute sollen ja auch sehen, dass wir das nicht können. Also von daher. Genau. Wir tun jetzt einfach nur die ganze Zeit so, als wenn wir es nicht können. Ich bin ein fortgeschrittener Noob, die anderen sind komplett Noobs. Ja. Da war ein Noob. Obwohl, Cygnus ist auch noch fortgeschritten. Und der Ben ist unser Pro. Ach was, so Pro bin ich nicht. Da hätte ich jetzt 17 zu 0. Wäre ich ein Pro. Also wenn ich in Poseidon spielen würde, liebe Leute. Nein, tue ich nicht. PSL reicht von dem Haus. Ah, Brücke. Das freut er sich. Ah, übel. Brücke, er rennt über die Brücke. Ich bin nicht an der Brücke. Ich bin bei B, liebe Leute. Bei B. Kurz vor B. Bei B. Echt geil. Double Shot. Ja, schön. Hast du ein Handy gemacht? Hm, aber es war echt Glückstreffer. Aber schön. Definitiv. Ich muss jetzt eh mal eine andere Waffe nehmen, weil... So macht es echt keinen Spaß. So, aber schön, dass du es verraten hast, weil ich wusste, wo du bist. Dadurch. Ich bin ja eine ehrliche Haut. Hörst total nett von dir. Kannst du auch gerne bleiben. Kann ich gerne machen. Aber jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich wieder ein bisschen was einnehme, schon ist das Spiel schneller vorbei, als mir lieb ist. Das Problem ist jetzt eigentlich gerade... Ey, ich bin echt auf dem vierten Platz. Das ist unglaublich. Und das trotz drei Kills. Das kann ich ruhig dir. Ich bin echt auf dem Spiel der Wiese, ne? Hm, aber was würdest du denn einnehmen, wenn nichts einzunehmen ist? Es sind nur zwei... Es sind 200 Punkte nur. Er nimmt A ein. Er nimmt A ein. Pass auf. Einer vom Seitengang... Nein, alleine kann es kein Trick sein. Einer vom Seitengang, einer von vorne... Und zwei von rechts. Ah, ich hab dich gerade noch gesehen. Shit. Ja, das ist schön, dass du mich gesehen hast. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht alle, äh... Wegrennen, und der zu B geht. Ähm, du siehst es blinken, wenn er bei B ist. Stimmt. Eigentlich. Richtig. Zwei vorne, zwei nach hinten. Hm. Eigentlich macht er einer A. Einer C. Zwei B. Hat den Hintergrund. Ihr seid schneller und agiler zu jedem Punkt. Wenn er das so macht, hol ich euch schneller, wie er euch lieb ist. Bist du sicher? Au. Rot. Ich glaub, er war auf der Brücke. Ah, ich hab dich nicht mal gesehen. Ja, ich auch nicht. Er muss... Da ist nur ein Nebel. Er muss nur aus der Richtung Brücke gewesen sein, ansonsten... Ja, er ist auf der Brücke. Du siehst doch das kleine rote Lämpchen dort oben. Hm. Und er versucht gerade, mich zu versenken. Au, au. Mist. Ich glaub, die Granate ging nicht dahin, wo sie sollte. Ich fliege. Boah, von der Seite nochmal. Mit der 93 hat er mich erwischt. Aha, okay. Ja, da ich kein Sunny bin, kann ich dir leider nicht helfen. Ja, ich kann auch nicht auf dem, der ist schon da. Jop. Jetzt auch nochmal umschwenken. Ganz wichtig, zwei Waffen immer pro Position wählen. Ja. Das ihr schneller und agiler wechseln könnt. Ich nehme als Scharfschützer entweder... meine AS Val. Weil sie schallgedämpft ist. Super genau. Freier Salben. Eine 416. Wenn ich Distanz genau haben will. Oder aber Instant Headshot. Mein Liebling. Instant Headshot. Da hast du ja gemerkt, ne? Hm. Hab ich. Daneben. Er kommt von... Hab ich dich doch noch? Ne, ich hab ja nicht. Mist. Okay, er hat mich. Er kommt von... Wo? Von hinten will er nach B. Beziehungsweise er ist da auf dem Zwischentag. Nach B. Von zwei Seiten wieder. Ja, klar. Sonst habt ihr ja keine Chance gegen mich, oder? Oh, hat er jetzt Angst ein bisschen? Wir spielen ja Squad gegen einen, ne? Und nicht... Und nicht 4 gegen einen, ne? Nicht 4 gegen Willi? Das wird er jetzt quallen, ne? Das ist wirklich. Ja, ja. Wir spielen 4 gegen Ben. Genau, 4 gegen Ben. Jetzt muss ich halt ein bisschen gemeiner spielen, Jungs. Und wenn's... Wenn's geht halt als Team, ne? Ja, genau. Ich bitte darum, Jungs. Ähm. Noch gemeiner, das geht? Ja. Jetzt spiel ich mit Schalldämpferwaffen. Okay. Ah, okay. Du deutsch, ihr seht mich nicht mehr, wo ich bin. Ach doch. Dann werden wir dich sehen. Ja. Ansonsten... Schlecht. Jetzt zeig ich dir mal, wie man ne SKS spielt. Okay. Ähm, Sebi? Wahrscheinlich eins gehört. Hast du da nicht bei Clay aufgelegt? Siehst du? 2 Claymors könnte liegen, ne? Wenn er tot seid, verschwinden sie leider nach dem Update wieder. Also, liebes EA. Lass die Claymors bitte liegen. Da. Im Krieg verschwinden auch keine Minen. Ja. Das stimmt allerdings. Das ist schon... ...ne recht witzige Sache eigentlich. Er kommt von C. Verdammt! Nicht Dauerfeuer bei den Waffen, Männer. Er kommt von C. Okay. Spielen wir jetzt hier Bunnyhop? Pass auf. Ähm, kommt mal einer vor? Ja, bin dabei. Mal gucken, wen ich als erstes von euch mal auf den See... Ich hab's... Wir haben das Einschatzstil verloren. Over. Wahrscheinlich... Mich. Ja. Ich hör hier was piepen. Nur mal zur Info. Das heißt, Punkt A, er snipert. Punkt B, er ist irgendwo in der Nähe. Er muss in der Nähe sein, sonst wird er die Fahne nicht einnehmen. Ja. Ja. Ja, der ist irgendwo auf dem Haus. So, zur Richtung. Auf dem Haus. Oh. Also, Griff hat mich heute echt gern. Hat er dich erlegt? Na ja, klar. Gut. Er leg immer Re. Dreck. Ist auf den Zack, mein Freund, ne? Wo ist die Spawnbarke? Oh. Du armer. Ich suchte gerade. Achso, die Spawnbarke müsst ihr finden, ja. Ist weg. Hast du? Ist weg. Ne, ist weg. Dann ist er aber auch gespawnt. Ah, ihr ist hier oben im Haus drinnen. Gegenüber von dem Bazar. Pass auf, ihr geht nach oben. Und der hat oben wieder eine Barke gesetzt. Oh, lass es besser. Das war mal wieder nix. Ja, ich übe. Auch nix. Das war ein Treffer. Und Spawnbarke suchen? Ganz oben. Das Problem ist, nicht alle hoch. Warum nicht? Wenn er hier spawnt, knallt er uns alle ein. Schön mit einer Usa, ne? Da, 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 da. Vor allem sagt er uns gesagt, wo die Spawnbarke ist. Dann wäre er ja doof, wenn er da auch spawnen würde. Richtig. Das heißt, er kommt von woanders. Logische Entscheidung. Ihr seid alle, alle bei C. Ihr Kacknasen. Was habe ich euch vorhin erklärt? Wir sind nicht alle bei C. Guck mal von A. Ne, das habe ich mir voll vergessen. Da wäre ich mir auch nicht so sicher. Ich bin jetzt schon bei A, ne? Ja. Aber den Trick an sich, den finde ich gut. Funktioniert nur nicht so ganz, weil das, wir haben die Map dann doch schon ein, zwei Mal gespielt. Ja, deshalb habe ich die auch ausgewählt. Da auch böses sein können und eine komplett frische nehmen können. Kack wäre eigentlich gut. Ja, das wäre echt fies. Er parkt direkt neben A. Das war... Klai. Wenn er tot ist, Bescheid sagen, dass wir einen nehmen. Ist er nicht. Irgendwo hier ist er. Ja, im Bus.